Ja, und die heutige Entscheidung wird eine schwierige. Sie könnte im schlimmsten Fall über Leben und Tod entscheiden, führen die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin zu Frühlockerungen ein. Ja, da könnten die Fallzahlen und die Todeszahlen wieder steigen. Kommt die Lockerung zu spät, dann wird die Wirtschaft länger und stärker leiden müssen und damit der gesellschaftliche Zusammenhalt. Also, es wird entschieden, ob, wie und wann Schulen, Geschäfte, Firmen wieder öffnen, das Kontaktverbot gelockert werden könnte. Für uns beobachtet die Gespräche den ganzen Tag über Peter Thiede am Kanzleramt, 9 Uhr, also in diesen Minuten, tritt das Corona-Kabinett zusammen. Um 14 Uhr die Videoschalte mit dem Ministerpräsidenten. Das sind die offiziellen Zahlen und Zeiten, Peter. Was passiert aber in der Zwischenzeit? Was wird im Hintergrund verhandelt und was wurde denn schon verhandelt? Gibt es schon Details? Ja, es gibt schon Details. Also um 9.30 Uhr schaltet sich die Kanzlerin zunächst mit ihrem Corona-Kabinett zusammen. Also das sind unter anderem der Gesundheitsminister, der Finanzminister und der Innenminister. Und da wird das entschieden, was der Bund machen kann, was in der Verantwortung des Bundes liegt, zum Beispiel Grenzen an und andere Sachen, Maskenankauf. Dann wird es um 12 Uhr, wird sich der Regierungssprecher der Presse stellen. Die Hauptstadtjournalisten haben um 12 Uhr immer ihre regelmäßige Regierungspressekonferenz und da wird er darüber informieren. Um 14 Uhr ist dann die Schalte der Bundeskanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer. Zwei Ministerpräsidenten kommen dafür extra nach Berlin. Einmal Markus Söder, der ist momentan Chef der Ministerpräsidentenkonferenz und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Die drei, Kanzlerin Söder und Herr Tschentscher, werden dann auch um 16 Uhr etwa, je nachdem wie lange man braucht, vor die Presse treten. Was sie verkünden werden, ist derzeit noch weitgehend offen. Denn über Ostern und mit Höhepunkt gestern hat sich in Deutschland ziemlich Einmaliges zugetragen. Die Ministerpräsidenten haben sich fast komplett zerlegt. Es herrscht ein wirklich heftiger Streit. Es ist ein Zwei-Fronten-Krieg. Die einen wollen Lockerungen, die anderen mahnen und warnen. Das hat mit den von dir genannten Zahlen zu tun und damit, dass wir in Deutschland völlig unterschiedliches Geschehen haben. Bayern, also Markus Söder, ganz besonders stark betroffen. Die Nähe zu Italien, die Nähe zu Österreich. Dort hat man natürlich andere Interessen, als es vielleicht bei Armin Laschet ist, wo die Zahlen runtergehen. Oder wie es in Mecklenburg-Burg-Vorpommern ist. Selbst innerhalb dieser Parteien von SPD-Ländern oder von CSU-Ländern ist man sich nicht einig. Das grünregierte Baden-Württemberg steht an der Seite Bayerns. Und geeinigt hat man sich zumindest nach unserer Kenntnis darauf, dass die Reisebeschränkungen, also das Reiseverbot und die Kontaktbeschränkungen zunächst bis Anfang Mai aufrechterhalten werden. Dass grundsätzlich Schulen und Kitas weiter geschlossen bleiben. Auch das bis Anfang Mai. Auch wenn Armin Laschet gestern schon, der ja vorhin noch davon sprach, dass er für Einigkeit ist und für eine gemeinsame Regelung, gestern für Nordrhein-Westfalen schon verkündet hat, am Montag seine Schulen zumindest für Abiturklassen, für Prüfungsklassen aufzumachen und Kinder vor allem wieder in die Vorschule, also in die Kitas lassen zu wollen. Wird es wahrscheinlich dann einzelne Länderregelungen geben. Für die Bundesliga wird man wohl Geisterspiele zulassen und Läden bis 400 Quadratmeter können in der Verantwortung der Länder und Kommunen schrittweise wieder geöffnet werden. Da will man dafür sorgen, dass die Deutschen zum Beispiel wieder einen Haarschnitt kriegen und dass die Automobilbranche nicht komplett pleite geht. Weil wenn keiner mehr ins Autohaus kann, kauft auch keiner mehr ein Auto. Wenn in Deutschland keine Autos gekauft, dann ist unsere Industrie den Bach runter. Peter, lass uns das noch ein bisschen einordnen, noch mal ein bisschen sortieren, was da heute alles sozusagen auf dem Tableau steht. Du hast es angesprochen. Es sind schon Ministerpräsidenten vorgeprescht. Armin Laschet, der wahrscheinlich findet, alles bundeseinheitlich Regeln, aber meine Regeln sollen es sein. Und auf der anderen Seite Markus Söder. Nun sind Schulen Ländersache. Bildung ist Ländersache. Ist da überhaupt eine Möglichkeit für die Kanzlerin? Besteht da eine Möglichkeit? Hat sie genug Macht, die Ministerpräsidenten hinter sich zu vereinen und mit Druck der Kanzlerin dort tatsächlich zu einer einheitlichen Lösung zu kommen? Also es ist nicht Aufgabe der Bundeskanzlerin, die 16 Bundesländer auf ihre Linie zu bringen oder auf eine Linie zu bringen. Die Kanzlerin kann da allenfalls moderieren. Die Bundesländer müssen sehen, dass sie im Sinne der Bürger nachvollziehbare Regelungen hinkriegen, dass wir einen Fahrplan kriegen und dass wir bundesweit einheitliche Kriterien haben, nach denen dann entschieden wird. Wenn die Kriterien einheitlich sind, wenn die Kriterien klar sind und nachvollziehbar sind, für jedermann nachvollziehbar sind, dann kann man auch erklären, warum in Mecklenburg oder in Hamburg oder in Schleswig-Holstein andere Regeln gelten als zum Beispiel dann in Bayern, wo wir mehr Infektionsgeschehen haben. Und alles das, was heute beschlossen wird an Erleichterungen, steht unter einem Vorbehalt, dass die Zahlen zurückgehen oder sich zumindest stabilisieren. Wir haben es gehört vom Robert-Koch-Institut, es ist keine Entwarnung da. Von daher wird es auch als brandgefährlich unter Experten eingestellt, wenn Armin Laschet von einer Normalität spricht, die wiederhergestellt werden müsste, eine verantwortungsvolle Normalität. Es kann keine Normalität geben, wenn die Zahlen nicht wirklich dramatisch zurückgehen und wenn wir keine Medikamente und keinen Impfstoff haben und wenn wir keine Masken haben. Und darüber wird dann gestritten werden und da wird die Kanzlerin allenfalls moderieren können. Ziel von allen 17, also den 16 Ministerpräsidenten und der Kanzlerin muss es sein, den Deutschen nachvollziehbare Kriterien und ein einheitliches Bild liefern zu können. Und ob das Ganze dann nachvollziehbar ist oder nicht, werden wir dann später erfahren. Peter Hell, vielen Dank für deine ersten Einschätzungen vom Kanzleramt. Peter Hell, vielen Dank für deine ersten Einschätzungen vom Kanzleramt.